ich wünsche was liebe leute heute stelle ich euch diese mosberg 590 vor die hat mich knapp 50 euro gekostet wenn ich mir recht entsinne gibt es in der version ohne viele bbs und ohne zielscheiben für zwischen 43 und 60 euro finde ich recht deftig den preis wir schauen gleich mal rein nachdem ich euch hier ein paar daten vorgelesen habe wir haben hier die version für die brd energie unter 0,5 joule ihr kennt das spring power also federdruckmoped maximale reichweite die angaben sind alle nicht für die brd gedacht wir haben eine länge von 535 millimeter das gewicht beträgt 670 gramm für son otto ist relativ wenig da habe ich schon pistollchen vorgestellt die in etwa das gleichgewicht hatten magazinkapazität 180 bs und wir haben immerhin ein einstellbares hop-up hier in der form eines bugs so wollen wir reingucken ja ich drehe den scheiß mal um für euch der karton sieht schon recht bunt aus nicht so heben war sie immer ein bisschen was ja immer war das dinge mal ab wie so oft ihr kennt das bedienungsanleitung langweilig soweit so ist das ganze hier verpackt schlicht in poppe ist soweit ja auch okay so wir nehmen diese m590 mal aus dem karton heraus und was gleich wirklich negativ auffällt ist das extrem geringe gewicht man hat hier sofort das gefühl doch etwas günstigeres spielzeug in der hand zu haben ja kunststoff fühlt sich jetzt nicht ganz so beschissen an aber schon etwas kostengünstiger das merkt man hier definitiv so was machen wir wollen wir zuerst mal hier so ein paar markings angucken ja das machen wir auf der linken seite haben wir stehen eine seriennummer und das war es auch schon auf der rechten seite habe wir stehen mosberg 590 energie ist hier weg gekratzt worden da stand wo man ein anderer wert eingestellt und normal so und das war es mit den markings auch schon weiter geht es im text was ich etwas unschick finde ist der kleine pinöppel hier unten der unseren magazin release knopf darstellt ja ich denke das hätte man schöner machen können ist natürlich funktionell aber sieht scheiße aus so da haben wir das magazin hier schauen wir rein klappe auf 180 kugeln rein füllen mit feder wieder der ganze spaß das funktionieren stand auch ganz komisch in der anleitung irgendwas ich glaube die feder hier sobald ihr kugeln eingefüllt habt bewegt hier einmal ganz lustig in schlangenlinien nach da unten und dann soll man rumschütteln bis das dinge sich mit bbs gefüllt hat und dann die feder loslassen und so weiter und so fort na gut so rein damit wir haben eine kleine rail schiene hier oben wo man drei punkt oder sonst was dran machen könnte wie sie wir haben eine kleine rail schiene auf der linken eine kleine auf der rechten und eine rail schiene auf der unterseite hier ach was soll das denn sein wir haben ja doch ein korn hier drauf das sehe ich jetzt erst ich dachte kimmelkorn haben wir nicht wenn ich allerdings dass die m590 so halten würde als möchte ich irgendwas anvisieren fällt irgendwie doch auf dass das ganze ein bisschen schräg ist die rail schiene neigt leicht nach rechts vielleicht schauen wir das gleich mal in der aufnahme aufzufangen und das korn sehen wir mit der rail schiene sowieso nicht die müssten wir abmachen und selbst dann liegt es noch relativ tief tja ob ich ein schusstest macht weiß ich noch nicht joule messen wir aber schusstest mit so einem teil wie soll ich denn da ballern hier ja so ok wir haben hier hinten die sicherung wir repetieren einmal das moped hier das ding so das geht soweit recht easy auf den tisch gerotzt so dann sollten wir jetzt abdrücken können richtig wir repetieren erneut klack klack schieben die sicherung nach vorne und das teilchen ist gesichert wie wir uns das schon gedacht haben so wieder zurück wieder sicherung einmal ballern und gut ist so im lieferumfang ebenfalls enthalten eine ordentliche menge an bbs 0,12 gramm zack und dieser sogenannte kettensägengriff hier ja den montieren wir mal eben das ganze wird einfach auf die untere rail schiene hier vorne geschoben so rastet hinten ein und dann dient uns das teil dazu sagen wir mal ne sieht witzig aus aber ob das ganze so praktikabel ist waag ich für den normalen einsatz zu bezweifeln so relativ witzig dass man hier vorne den mündungsfeuer dämpfer gezackt hat ich glaube das dient eigentlich dafür dass man sich da beispielsweise an türen krallen kann und ein schloss beispielsweise herausballern kann sollte man sich mal ausgeschlossen haben ja dann könnt ihr euch hiermit quasi zutritt wieder verschaffen wie das funktioniert zeige ich euch jetzt dumm die dumm die dumm oh was ist das denn ich habe mich wohl aus der küche ausgeschlossen da kann mir nur noch die mosberg m 590 helfen und ich werde das schloss einfach herausschießen so leute dann wollen wir mal brille auf die nase 0,12 gramm bbs denn die wurden auch mitgeliefert repetieren ran halten 0,46 jule aha na immerhin hat er gezählt haben darauf geachtet steht noch mal 0,46 da 88,4 meter die sekunde schon wieder na nun 0,46 jule 88 meter die sekunde ja so leute fazit also positiv anzumerken ist natürlich die tatsache ich hab's gesehen dass wir hier eine recht konstante jule leistung haben dort finde ich soweit ganz nett ansonsten finde ich sind round about 50 euro für das teil hier für meinen geschmack viel zu viel ja wir haben hier doch ja gut spielerei erst oft ist immer spielerei aber was willst du mit dem teil ja du kannst damit keine türen aufballern du kannst damit nicht ordentlich nicht wirklich ordentlich zielen auf eine gewisse entfernung und selbst im nahbereich kannst du das teil ja mit der art hier zu repetieren gerade mal aus der hüfte ballern ja john wayne mäßig wem es gefällt bitte wenn euch die optik gefällt und diese mechanik hier dann ist das natürlich eine feine sache aber 50 euro da fällt mir bessert ein weil ich mir dafür holen würde für die kohle so wenn das video für euch hilfreich war dürfte gerne daumen nach oben geben abonnieren könnte auch ja ansonsten gibt es hierzu eigentlich nicht mehr viel zu sagen ich bin raus ich bedanke mich fürs zusehen und sag mal bis die tage was als nächstes kommt weiß ich noch nicht ich habe nichts auf lager vielleicht mache ich ein video wo ich ein paar abonnenten wählen lasse was als nächstes bestellt werden soll da weiß ich aber nicht ob ich das mache ob mir das zu aufwendig ist oder nicht ihr kennt mich ja ne so ich würde sagen tüss und wieder hallo ich möchte meinem fazit doch noch einen kleinen nachtrag anhängen wir machen einen kleinen schusstest denn unsere mosberg m 100 590 hat noch eine sogenannte fast action funktion so zuerst einmal noch zum magazin haben wir jetzt voll geladen mit bbs diese müssen wir noch in den zufüllschacht befördern dazu die feder einmal nach hinten bisschen hier schüttel schütteln machen wir kriegen maximal das testen wir auch gleich 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 bbs in diesen kanal zählt jetzt nach macht auf stopp oder auch nicht so dann laden wir das magazin in unsere m 590 und werden feststellen dass nicht wirklich elf schuss abgegeben werden wir gucken wie viele es sind so wir nutzen jetzt einmal dazu die fast action funktion das heißt abzug gedrückt halten und nach jedem repetieren wird dann quasi automatisch ein schuss ausgelöst so da machen wir jetzt auch so so relativ mittig ballern und da gucken wir mal 8 bbs von den elf im zufüllkanal so möchte ich es nennen kamen heraus also habt ihr ja 8 schuss abzugeben bevor ihr das magazin entnehmen könnt und damit erneut ballern könnt so positiv anzumerken das teil ja haben wir ja im chronometer test gesehen ist doch relativ kräftig mit fast 0,5 joule ich stand jetzt natürlich nah dran am ziel aber trotzdem für aus der hüfte so einen kleinen wie heißt der kreis ich komme jetzt nicht gerade nicht aufs wort so und schön ist dass wir durch zwei lagen karton geballert haben das meine ich hier natürlich nicht hier kamen die bbs zum großteil wieder hinten heraus so spagat machen hier 50 euro wäre mir das teil weil es halt doch was das zielen angeht und so weiter etwas limitiert ist nicht wert aber ich muss sagen es macht mehr spaß als gedacht ich bin froh dass ich nochmal so ein bisschen den schusstest nachgereicht habe wie gesagt wenn ihr wollt kaufen wenn ich dann nicht jetzt aber endgültig für dieses video tschüssikowski